Los geht's mit dem Kracher der Woche, präsentiert von Hanuta Riegel. Ist jetzt noch nicht so nice, aber Tim Taysen, der hat vielleicht ein bisschen zu viel Bock, der geht da schön rein, der kriegt den ganzen Schaden ab, der hat noch mit dem isolierten Damage, aber Blue, der weiß, der kann ja nicht machen, die Niedenwork. Mein Gott, das ist Tim Taysen insane, macht jetzt den Scherensprung, aber er weiß, der kriegt sie nicht. Down 7, er snifft sie mal wieder vom Downtown, war froh die... Der Kracher der Woche wurde dir präsentiert von Hanuta Riegel. Taste the matter.